Innovation und Tradition seit 125 Jahren. Geht es um hochwertiges Malerhandwerk, ist die Rabe GmbH Anstrichtechnik ihre erste Adresse in Schaumburg und über die Region hinaus. Ob für Neubauten, Renovierungen oder Sanierungen, Gewerbe-Privatkunden und Träger der öffentlichen Hand nutzen ein breites Produkt- und Leistungsspektrum, das höchste Ansprüche erfüllt. Seit 1892 steuert der Fachbetrieb auf Expansionskurs, der sich heute in vierter Generation fortsetzt. Von der Beratung über die Planung bis zur Umsetzung profitieren Kunden von erstklassigen Ausführungen, die sowohl klassische Maler- und Tapezierarbeiten als auch spezielle Anstrich- und Beschichtungstechniken umfassen. Ob traditionell, modern oder trendig, Auch unterschiedliche PVC-Bodenbeläge, Teppich- oder Laminatböden werden von leistungsstarken Fachkräften formvollendet verlegt. Weiterhin setzt die Rabe GmbH Anstrichtechnik mit der Schaffung von energieeffizienten und umweltfreundlichen Wärmedämpfer-Bundsystemen nachhaltige Akzente. In allen Bereichen werden Projekte fast jeder Größe realisiert, wobei solides Handwerk, Flexibilität, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit das Fundament für dauerhafte Kundenzufriedenheit bilden. Rabe GmbH Anstrichtechnik – Innovation und Tradition seit 125 Jahren.